Wow, was für ein Service. Fledermaus Teenie Lidl lässt es sich richtig gut gehen. Das kleine Kerlchen bekommt Welpmilch mit einer Pipette. Die älteren Fledermäuse lassen sich Mehlwürmer schmecken. Völlig erschöpft und hungrig wurde der kleine Lidl im naheliegenden Discounter gefunden. Daher auch der Name. Erst vor einem Tag kam er in der Auffangstation in Hagen an. Es ist immer wieder ein schöner Moment, wenn man dann wirklich einem Tier in Not so weit helfen kann. Das kann man auch gar nicht beschreiben oder in Worte fassen, was da so in einem vorgeht. Ist halt einfach schön. Lidl ist nicht der einzige Gast im Bates Motel 58. Eine Anspielung auf das berühmte Hitchcock Motel und die Hagener Postleitzahl. Rund 20 weitere kranke oder verletzte Fledermäuse sind aktuell in der Obhut von Daniela Kuhnbein und ihrer Kollegin. Die Arbeit ehrenamtlich. Futter, Medikamente und Hygieneartikel werden durch Spenden und aus eigener Tasche finanziert. Verletzte Tiere kann hier jeder melden. Alle Infos dazu gibt es auf den Social Media Kanälen. Wir haben wirklich an einem Wochenende irgendwo für den Hagener Raum sechs oder sieben Notfälle bekommen an einem einzigen Samstag. Und dann ging das am Sonntag weiter. Es gab ab da wirklich jeden Tag mindestens einen Vorfall, der gemeldet wurde. In NRW gibt es über 20 Fledermausarten. Sie stehen alle auf der Liste der gefährdeten Säugetiere. Verwendete Pestizide in der Landwirtschaft und schwindende Quartierplätze sind Mitschuld am Rückgang der Population, so der Naturschutzbund Deutschland. Außerdem erschweren besonders viele regnerische und windige Nächte dieses Jahr den kleinen Nachttieren die Jagd auf Beute. Dabei sind Fledermäuse richtige Insektenvernichter. Sie fressen Tausende pro Nacht. Ralf Blauschek ist Leiter der biologischen Station in Hagen. Er weiß, worauf bei einem Fledermausfund zu achten ist. Vorsicht walten lassen, dass man jetzt also nicht ein Tier dann einfach dann so mit bloßen Händen anpackt. Also so ein Hygienehandschuh wäre schon mal ganz gut, dass man die Tiere mit ein bisschen Schutz aufnehmen kann. Und dann sollte man sich die Tiere natürlich erstmal ein klein wenig anschauen, ob die jetzt dann bestimmte Schäden haben. Und dann am besten dann in einen relativ gut verschlossenen Karton setzen, ein bisschen Zewerpapier dann eben da rein als Unterlage. Und ganz wichtig, die kleinen Luftlöcher nicht vergessen. Irgendwann geht es für die Pflegekinder dann auch wieder in die Freiheit. Wenn sie kräftig genug sind und länger als 20 Minuten fliegen, bildert die Fledermausmutter sie aus. So wie Lidl. Der Kleine hat zum Glück keine Verletzungen. Laut Daniela Kumbein kann er schon in zwei bis drei Wochen wieder fröhlich durch die Nächte flattern. So wie Lidl. der Kleine hat zum Glück nicht vergessen. Untertitelung des ZDF, 2020